Hier haben wir eine Muschel, die kann man sich mieten, die kann man stundenweise, tageweise, wie man es mag. Ehrlich, da liegen wir in Abu Dhabi im Hafen. Und hier der schöne große Brudeck. Das sollte man auf jeden Fall mal machen, wenn man zu zweit da ist. Schön kuschelig ist das.